Heute ist Samstag, der 15. Juni 2024 und damit herzlich willkommen zu Jeden Tag ein Ü-Ei. Heute habe ich den Klassiker, nämlich das Klassik-Überraschungsei für euch. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Enthalten sein können wieder aktuelle Spielzeuge oder auch die Minions. Lassen wir uns überraschen. Los geht's, ihr Lieben! Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Also ein Inhalt der Minions. Seid auch morgen wieder mit dabei. Bei Jeden Tag ein Ü-Ei. Hier nur bei unser Sammler-Team. Bis morgen, ihr Lieben. Macht's gut!